hallo und herzlich willkommen zur nächsten folge take it light mit dem zu zu hd hallo ja zu zu was machst du gerade also ich brauche heute sind auch den wassersee zu jungen habe ich viel holz dabei ja ich merke es nicht toll die erste schichter präsentiert ich habe gerade mal 30 sprich ich brauche noch ein und 50 ist das schöne quatsch mit rechten 51 kommen so jetzt da in die karte ja das ist gerade in den wassersee ein riesen loch geben ja ja eigentlich toll jetzt darf das ganze holz abbauen und dann von 9 und dann vom neuen scheiß ja junge ich kenne einfach nicht wo das ist hier also wo das so einem wasserblock ist nun nicht so noch mal 32 gibt erst vor 62 habe ich bis jetzt jetzt haben wir kein Geld schön hier hat es noch 55 okay die Brauche ich jetzt 30 die Schwarzschule Rostwürschen und Minuten siegt und dann Junge, bist du noch hier? So, Junge. Okay. Alter, ich habe jetzt 81 solche goldene Basic-Prozessoren da. Kacke. Junge, ich bin am Anfang. Ich habe keinen Plan mehr, wie ich weitermachen soll. Und hier unten spawnen schon Zombies. Oh, nee. Ich habe zu wenig Quarz. Das können wir mal vergessen. Oh, ne Minimumscherpe. Ich habe viel zu wenig Quarz. Das Projekt gescheitert. Aufnahmen durchschen. Nee, hallo? Junge. Ja? Ist schon nach Hause gekommen. Warum? Hast du kein Holz mehr? Ja, das auch. Okay. Da können wir ja gerade noch schlafen. Junge, das ist so scheiße, wie viele Rohstoffe man braucht. Nur für diese 64k Storage-Karte da. Das ist richtig behindert. Junge, Melonen sind gewachsen. Jo, ich weiß. Ja, eine, ja. So, Melonen abgebaut. Jetzt noch ein Schar. Lassen wir mal noch. So, jetzt muss ich... ... ein Jetpack wieder mal aufladen. So, nicht schlafen. Komm. Oh, schnell. Ich liege schon im Bett. Bett, Junge, Bett. Ich komme ja schon. Schneller. Gut. Oh, schade ich schon wieder Tag. Ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Ich habe keine Ahnung. Hättest du gesagt, ich auch nicht. Junge, einfach weißt, was du tun musst. Ja, auch weißt. Das will ich mal very in Gang bringen. Sonst... Ah, ich weiß, was ich tun kann. Was? Ins Näh-Tage gehen. Ungekommen mit der Motorsäge einfach Holz abbauen. Ja, warum? Gut. Es ist eine... Junge, es ist eine Kettensäge. Ich weiß. Warum sollte man mit der kein Holz abbauen? Weil man ja normalerweise mit Kettensägen Holzsäge. Ja... Oh, nee, bitte nicht. Was? Nee, man kann es abbauen. Gut. Man muss es abbauen können. Ich gehe meins nicht a bissl verarmen, gell. Stirb nicht. Haus und Beinbruch. Ja, danke. Spitzhacker. Jedenfalls. Also, dir wünsche ich mal, äh, wein. Äh, was brauche ich noch? Äh, ne, 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 Spitzhacker. So, Spitzhacker. Spitzhacker. Äh, äh, was machst du so? Lustiges? Nehmen wir noch das gleiche. Ah, okay, 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 okay pumpen wir Lava ab. Dort hinten auch. Dort hat's auch einen Strich. Ganz hinten auch. Zuzo? Der Zuzo hat Internetprobleme. Zuzo? Oh, Leute, bitte nicht. Oh, Zuzo. Ja, äh, Zuzo? Gut, dann spielen wir halt die Folge noch ohne den Zuzo zu ändern. Boah, jetzt erstmal. Gut. Gold haben wir hier. Das ist so toll im Nether zu farmen. Macht einfach so Spaß, weil man so viele Rohstoffe bekommt. Ja, der Zuzo hat und in zwölf Minuten geht auch mein Server down. Weil nicht als Lutz benutzt sind. Noch besser. so, hier, hier, Nikolai. Glaube ich, der ist die Lied, müsste die sein. Tin, Nikolai, nederlau, bis dato die Lied. normale Steine, äh, jetzt, der Zuzo! Zuzo! Hallo? Hallo? war, nochmals? Ja, äh, Zuzo, ich weiß auch nicht. Ah! Ah, jetzt, äh! Junge? Hallo? Hallo? Ja, was ist los bei dir? Ja, mir ist das jetzt nicht zusammengerufen. Nee, ich hab's nicht gemerkt. Was? Ich hab's nicht gemerkt. Aha. Gar nicht. Ich tötete gerade Zombie-Pigments, die mir in den Weg kommen. Ach so. Jo, und ich hab schon wieder Gold gefunden. Ah, nee, das ist Kupfer. Also Kupfer, das ist ja auch noch tonnenweise. Ja, aber... Zuerst muss man die Query laufen, dann können wir wieder reden, was es dort auch tonnenweise hat, gell? Ja, ja. Gut, jetzt redst du? Nee, das ist... Boah, Junge, ich freu mich, wenn die Query... Junge, ich freu mich, wenn die Query richtig läuft. Ja. Ich mich auch. Boah, hier ist alles verpackt. Jetzt kommen da diese Pisser wieder. Schnell Melone reindrücken. So, hier den Pigmen. Töten! Geh, geh, sterben! Sterben sollst du! Jetzt Gold, das ist gut. Gold gefällt mir. Gold, weißt du, warum mir Gold so gut gefällt? Wieso? Haben wir Timanten machen können? Nee, weil es goldig ist. Das ist schön für ihr. Und die ganze Kohle hat sich in die Luft aufgelöst und ich brenne zu Tode. Kacke! Oh, reiherzen. Alter, mal. Also bist du unfähig. Ja, ich hab gebrennt. So, ist zu zweitens. Junge, können wir danach noch eine Folge reindrücken? Ja. Gut. Boah, Luft. Oh, kacke. Nicht, geh, nicht hoch. Gut. Glück gehabt. Gold. Gold. Gold ist so schön, weil es goldig ist. Du siehst mal, Schlau-Sänger. Oh, ein Pigman. Deine Mutti wird Schlagersänger. Meine Mutti ist Schlagersängerin. Deine Mutti. Scheiße. Ja. Scheiße. Was wolltest du mir sagen? Scheiße. Ja, ich wurde gerade so deftig angegriffen. Ich hatte noch zwei Herzen. Oh Gott. Das war jetzt sehr dumm. Weißt du, was noch dümmer ist? Was? Die Folge ist in drei Minuten vorbei. Schon wieder. Ja. Das ist richtig scheiße. Gut, eigentlich ist ja gut, so bekommen wir extrem viele Folgen, aber irgendwie ist auch kacke. Junge sind es erschrocken wie 3000, nein. Naja, 3000 Folgen, auf jeden Fall. Mhm. Aber Junge, die Motorräume bringt es vor mir. Doch, 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 doch. Also, ich bin in dem, wenn du mal Dschungel abholzen willst, da bringt es. So, ich komme zurück mit nicht sehr viel Aufholter. Doch, 100 Meter bis zum Fortal. Junge. Ja. Epic. 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 Das Wasser ist weg. Ja. Jetzt hat es nur noch ein anderes Problem. Ja, welches? Die Lava. Das heisst, es hat jetzt so viel Lava? Nein, vielleicht, wow, wieso, aha. Junge, ich habe nur zwei Eimer mitgenommen. Aber Lava hat ja, wie du weisst, relativ lange, um sich zu verorganisieren. Ja, das weiss ich. Oder ich hole jetzt einfach einen Wassereimer und lösche die Lava ab. Würde ich auch nicht. Andererseits verschwindet sie schon. Ja, ja, eben. Andererseits habe ich sie schon in der letzten Folge abgebaut. Also hole ich Wasser. Rubin. So, dann haben wir noch mal Glowstone. Ein bisschen, nur ein bisschen. Noch so ein Scheiß. Und so. Noch so ein Scheiß Gold Nugget. Alter Junge, mit diesem Meserator geht das so verdammt schnell. Ich habe jetzt eine halbe Minute da gestanden. Und er hat schon beinahe alles verarbeitet. Einfach alles. Und Lapis Lazuli haben wir auf jeden Fall genug. Aha. So. Müssen wir. Ich glaube, wir haben etwa 20 Stacks. Also, Leute. Wenn euch diese Folge gefallen hat, lasst eine positive Bewertung hier. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Macht's gut. Macht's gut. Bis dann. Ciao.